Die DHV News vom 1. September 2017. Netflix verkauft Seriengras. Eigenanbau, Freisport für Patienten. Herzlich willkommen bei den DHV News. Erstmal ein paar Hinweise in eigener Sache. Wir haben wieder ein Video hochgeladen, ein Interview mit Frank Tempel, diesmal von den Linken über die Cannabis-Politik der Linken vor der Bundestagswahl zur Einstimmung auf die Wahl, zur Information. Das Video von Herrn Blienert von der SPD ist ja schon ein bisschen länger her, haben vielleicht schon die meisten von euch gesehen. Schaut euch auch Frank Tempel an. Wir haben jetzt auch eine eigene Playlist für diese Interviews und am Montag drehen wir dann das nächste Interview mit einer Bundestagsabgeordneten der Grünen. Ihr könnt gespannt sein. Ich bin's auch. Hier neben mir seht ihr alle Unterschriftenlisten für unsere Cannabis-Petition 2017, die bisher eingegangen sind. Es sind schon einige tausend, aber natürlich noch zu wenig. Es gehen auch jeden Tag laufend neue ein. Die haben wir viel mehr Post als normal im Moment. Aber wir brauchen natürlich auch noch viel mehr. Ich will den Bundestag zwingen, sich direkt nach der Wahl mit dem Thema Cannabis-Legalisierung wieder auseinanderzusetzen. und ich lege jetzt jedes Mal den Stapel hier ins Bild, dann könnt ihr dem beim Wachsen zugucken. Euer Zettel wird dann auch dabei liegen, wenn ihr uns den schickt. Und wir brauchen 50.000 Unterschriften. Wenn nur jeder Abonnent hier auf YouTube eine Unterschrift einschickt, haben wir schon gewonnen. Und wenn ein Zehntel von euch eine volle Liste mit zehn Unterschriften einsenden, haben wir auch schon gewonnen. Also nicht nur rumsitzen. Ist eine einfache Sache. Ihr findet den Link unter dem Video. Drückt euch die Liste aus. Schickt mir die. Und dann ist die nächste Woche hier mit dabei. Ihr braucht keine Angst, um eure Daten zu haben. Die sieht man hier natürlich nicht. Und auch sonst kriegt die keiner zu sehen, außer der Bundestagsverwaltung, die sie ebenfalls vertraulich behandeln wird. Dabei fällt mir auch ein, dass wir mal wieder einen Praktikanten im DHV-Büro suchen. Wir haben immer mal wieder hier für ein paar Monate dann jeweils frische Leute hier. Unbezahlt, leider. Aber trotzdem umso spannender letztendlich auch beim DHV ein Praktikum zu machen. Wir hatten einige Studenten zum Beispiel schon, die dann das Praktikum auch angerechnet bekommen haben. Aber auch andere Leute, die mal ein paar Monate Auszeit hatten und was Sinnvolles tun wollten, mal reinschnuppern wollten bei uns und ihren Teil fürs Leben, für die Legalisierung beitragen und ein paar Wochen und Monate hier mit durchknüppeln. Eine Aufgabe wird auch sein, diese Listen hier zu sortieren, zu zählen und so weiter. Dann kann ich demnächst auch einen ganz genauen Pegelstand ansagen, bis auf jede einzelne Unterschrift. Aber es gibt auch eine Menge andere Aufgaben, die hier mit zu erledigen sind. Wir richten uns da auch nach euren Fähigkeiten. Insofern schickt uns mal eine Bewerbung, wenn ihr Lust darauf habt. Ihr findet die Infos auch wieder unter dem Video natürlich. Und jetzt noch zwei Dinge im Nachtrag zur letzten Woche. Das erste betrifft den Hungerstreik von Franjo Grotenhermen. Das war das Titelthema der letzten Woche. Unser Mr. Cannabis als Medizin-Doktor, der für alle Patienten in den Hungerstreik getreten ist. Diesmal unbefristet, aber er hat ihn jetzt wieder beendet. Heute, wo wir das Video drehen, hat er seinen Hungerstreik beendet. Und bis das Video online ist, wird wohl auch eine Erklärung von ihm dazu online sein. Ich habe schon erfahren, dass er jetzt quasi ermutigt ist, sozusagen zuversichtlich in die Zukunft schaut, dass da bald was passiert, zumindest nach der Wahl. Er wollte ein Zeichen setzen. Das wurde auch gehört, ist ihm insofern auch gelungen. Es ging durch die Medien. Dieser Hungerstreik in mehreren Presseartikeln wurde das erwähnt und hat seine Forderung verstärkt. Er hat viele ermutigende Gespräche geführt, sagt er. Und ich für meinen Teil bin froh, dass er es nicht bis zum bitteren Ende durchzieht oder durchgezogen hat, weil wir brauchen Franjo noch für den weiteren Kampf für Cannabis als Medizin. Und ein zweites Thema, was von der letzten Woche hier noch reinragt. Da geht es nochmal um Frau Mordler und ihre Pressekonferenz zum Thema Drogen- und Suchtbericht in diesem Jahr. Sie hatte ja die böse Cannabis-Lobby angegriffen, die die Jugend verdirbt mit ihrer Lifestyle-Legalisierungsdebatte. Deswegen kiffen jetzt wieder mehr Jugendliche, hat sie gesagt, wegen dieser Lobby und so. Also sie hat dabei auch gesagt, und darauf will ich nochmal zurückkommen, dass die Cannabis-Lobby inzwischen einen besseren Zugang zu Teilen der Politik hat als die Alkohol- und Tabak-Lobby. Und das hat sie so entrüstet gesagt. Ja, das ist also ein ganz großer Frevel, dass da Cannabis-Lobby jetzt Einfluss auf Politik hat. Mehr als die Alkohol- und Tabak-Lobby, ganz furchtbar. Ja, aber so entrüstet wie sie ist, kann man wohl davon ausgehen, dass bei ihr die Welt noch in traditioneller Ordnung ist. Sie sagt ja damit im Prinzip auch, dass bei ihr, Frau Mordler, die Alkohol- und Tabak-Lobby einen größeren Einfluss hat als die Cannabis-Lobby. Und dass das auch gut so ist. Ja, vielleicht hat sie gar nicht gemerkt, dass sie das gesagt hat. Und ich habe es auch erst ein bisschen später begriffen, dass man darauf nochmal einen Finger legen sollte. Also Frau Mordler ist stolz beeinflusst von Alkohol- und Tabak-Lobby. Und ein zweiter Punkt, auf den ich nochmal zurückkommen will und der ist eigentlich wichtiger. Sie hat behauptet, mal wieder in dieser Pressekonferenz, dass in Colorado nach der Legalisierung der Cannabiskonsum von Jugendlichen massiv angestiegen sei. Sie hat 20% Steigerung bei jugendlichen Cannabiskonsumenten in den Raum geworfen. Und das ist schon erstaunlich, sag ich mal, weil die offiziellen Zahlen aus Colorado, die vom Gesundheitsministerium kommen in Colorado mit ihren Daten und Fakten und Aussagen, quasi die direkten Kollegen von Frau Mordler als drogenmäßig zuständige der Regierung in Colorado, haben gesagt, es gibt keinen solchen Anstieg bei jugendlichen Cannabiskonsumenten. Es gibt gar keinen Anstieg, genauer gesagt. Es ist etwa gleich geblieben, nach den ganz genauen Zahlen sogar ist der Konsum von Jugendlichen einen ganz kleinen Tick gesunken, aber so wenig, dass es nicht signifikant ist. Also es hatte keinen Einfluss auf jugendlichen Cannabiskonsum, die Legalisierung in Colorado bisher. Und Frau Mordler läuft durch die Gegend und sagt, ja, 20% gestiegen. Wie kommt sie zu dieser Behauptung? Da haben wir nochmal den Finger reingelegt, das wollten wir so nicht stehen lassen. Sie hat diese Information von einer Organisation namens Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, R-M-H-I-D-T-A. Klingt erstmal sehr offiziell nach einer Organisation, die den Drogenhandel in dieser Region beleuchtet, wie eine staatliche Agentur oder so. Ist es aber nicht. Es ist im Prinzip eine kleine Organisation von einem konservativen Einzelkämpfer, der die gegründet hat, der strikt gegen die Legalisierung ist und dem schon mehrfach Falschbehauptungen zugewiesen wurden, die aufgedeckt wurden, dass er also öfters mal nicht die Wahrheit sagt im Zusammenhang mit Cannabis. Und diese Auswahl an Informationen, statt der offiziellen Informationen ihrer Kollegen in Colorado auf so eine Quelle zurückzugreifen, ist so skurril, dass es fast schon wieder witzig wäre, wenn das nicht so eine große Verbreitung hätte. Also was in Frau Mordlers Kopf vorgeht, ist mir einigermaßen wurscht mittlerweile. Sie wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange im Amt sein. Aber die Presse hat massiv diese Behauptung aufgegriffen. Man liest das in allen möglichen Zeitungen und man liest es auch bei Kollegen von Frau Mordler. Zum Beispiel die drogenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion, Frau Zollner, hat das aufgegriffen in einem Statement. Und wir wissen auch, dass dieses Papier vom Rocky Mountain Stingsbums auch bei der Polizei kursiert, beim Bundeskriminalamt und so weiter. Die berufen sich auch alle darauf, ohne diese Quelle zu hinterfragen. Und das macht die Sache natürlich wirklich zum Problem. So funktioniert deutsche Drogenpolitik. Man sucht sich halt alternative Fakten in bester Trump-Manier, die zur eigenen Ideologie passen und ignoriert offizielle staatliche Zahlen. Wir vom DHV können das letztendlich kaum aufhalten, aber wir können es aufdecken und anprangern und auch in Richtung Medien hoffen, dass man versteht, glaubt nicht, was Frau Mordler sagt. Das entspricht in vielen Fällen nicht der Wahrheit. Und wo wir gerade dabei waren, dass Frau Mordler vor dem bösen Kapital gewarnt hat letzte Woche, insbesondere auch vor dem amerikanischen Großkapital, das jetzt hier große Gewinne riecht und so weiter. Da komme ich zum nächsten Thema. Netflix verkauft Seriengras. Das ist eine aktuelle Nachricht dieser Woche. Netflix tatsächlich steigt in den Verkauf von verschiedenen Sorten ein. Die haben, ich glaube, zehn verschiedene Sorten designt, die wohl speziell zu einzelnen Serien passen, die sie online streamen. Die dann entsprechend von der Wirkung her in die Stimmung passend irgendwie zur Serie einstimmen. Interessante Idee auf jeden Fall. Netflix weiß offensichtlich, dass die Verbindung von abendlich in Ruhe zum Chillen nochmal ein bisschen Serie gucken und Cannabis konsumieren eine Kombination ist, die häufig vorkommt. Die greifen das auf im Prinzip, machen da einen Marketing-Gag draus. Und das ist auch erst mal nur ein Marketing-Gag, der Verkauf ist zeitlich begrenzt, nur an Patienten in Los Angeles, die ja jetzt schon da, an die auch legal verkauft werden darf. Und die Aktion ist auch bald wieder zu Ende erst mal. Aber man kann das schon auch als Vorzeichen sehen zur Legalisierung des Verkaufs an Erwachsene in Kalifornien zum 01.01.2018. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das sein wird. Und Kalifornien ist nicht irgendein US-Bundesstaat. Kalifornien ist riesig und wirtschaftsmächtig. Und unter anderem sitzt eben auch ein Großteil der ganzen amerikanischen Filmindustrie in Kalifornien. Wir werden das sicherlich zunehmend jetzt auch an Hollywood-Produktionen zu sehen bekommen, diesen neuen Ansatz in Kalifornien. Und Netflix ist nicht irgendeine kleine Klitsche, sondern ein Großkonzern, der da jetzt einsteigt. Und wer weiß, vielleicht verkaufen die ihr Seriengas ja dann tatsächlich regelmäßig in Shops in Kalifornien, wenn der 01.01.2018 gekommen ist. Man kann natürlich jetzt auch kritisch sagen, wie Frau Mordler so, oh, ich will gar nicht so viel Großkapital im Cannabishandel drin haben. Aber gut, das ist erstens eine Frage, wie man Cannabis reguliert. Kann man so oder so machen? Und eine Frage des Verbrauchers. Man muss ja nicht letztendlich dieses Cannabis kaufen, sondern es wird sicherlich auch kleinere Strukturen geben, wie beim Wein, dass man dann irgendwie zum Weingut nach Italien fährt oder so und sich dann da eben eine schöne Sorte kauft, die einem besonders gut gefällt. Das haben die Konsumenten am Ende in der Hand. Noch eine verrückte Idee aus Kalifornien. Wenn ich schon mal dabei bin, muss ich das auch noch erwähnen. Es soll eine Cannabis-Stadt entstehen. Eine der größten Firmen im Marihuana-Business in den USA, die American Green Incorporate, hat eine Stadt gekauft, oder besser gesagt ein Dorf, Nipton in Kalifornien, in der Nähe zu Nevada, also Las Vegas, dann auch nicht weit weg. Und daraus wollen sie dann eine große Cannabis-Stadt machen, wo möglichst alle Cannabis-Enthusiasten hinziehen sollen, wo sie mit ihren Eigenarten akzeptiert werden, wo natürlich auch angebaut werden soll kommerziell, wo dann auch Arbeitsplätze entstehen sollen und so weiter. Also es soll wohl eine ganz große Nummer werden. Ein Konzern kauft eine Stadt, um irgendwie eine große Cannabis-Metropole draus zu machen. Das klingt verrückt irgendwie, wie die Amerikaner so sind. Aber manchmal sind sie auch cool mit solchen Sachen irgendwie. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und berichte mehr, wenn tatsächlich was passiert. Und nochmal Thema Kalifornien in Kombination mit Uruguay. Okay, wir hören jetzt, dass auch in Uruguay die Banken Probleme machen für die Geschäfte. In Uruguay sind es ja Apotheken, die Cannabis verkaufen. Jetzt gerade ganz frisch ist ja endlich der Verkauf angelaufen im Sommer in Uruguay. Der erste Staat der Welt, der auf der gesamtstaatlichen Ebene Cannabis legalisiert hat, mit dem Verkauf in Apotheken an alle Erwachsenen, die das wollen. Es machen gar nicht so viele Apotheken mit erstmal, aber das System läuft und existiert. Und die Apotheken haben jetzt Probleme, eine Bank zu finden, die ihre Geschäfte abwickelt. Ähnlich wie das auch in den USA ist bei den Staaten, die eben entsprechende Programme haben, auch medizinische Cannabis-Programme. So wie in Colorado, wo ja auch jetzt der gesamte Verkauf legal ist. Viele von uns haben die Bilder eben schon gesehen, wo dann das ganze Bargeld im Prinzip durch die Gegend gefahren wird. Die Sicherheitsbranche hat einen Riesenaufwind, weil da ständig Riesengeldtransporte zum Finanzamt gefahren werden, damit die ihre Steuern bezahlen können und so, weil es eben keine Bankkonten für diese Geschäfte gibt. Und genau dieses Problem ist eben jetzt auch in Uruguay angekommen. In den USA ist das Problem eher, dass die Banken sagen, solange auf Bundesebene Cannabis noch nicht legal ist, würden wir ja dann auch gegen die Bundesgesetze verstoßen. Also wollen wir erst mal die Finger davon lassen. In Uruguay ist ja aber im gesamten Staat Cannabis legal. Da berufen sich die Banken auf die internationalen Verknüpfungen, dass sie eben auch Kunden in den USA und sonst wo auf der Welt haben und dass sie da nicht auf irgendeine Blacklist kommen wollen, weil sie eben mit Drogenproduzenten Geschäfte machen. Mal sehen, wie das in Uruguay gelöst wird. Kalifornien jedenfalls hat jetzt vor, eine eigene Cannabis-Bank zu machen. Da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe, die das jetzt in die Wege leitet. Eine eigene Bank, die nur Cannabis-Geschäfte versorgen soll mit entsprechenden Geschäftskonten. Jetzt komme ich nach Deutschland mit einer kleinen Nachricht. Es gab mal wieder ein Smoke-In in Stuttgart, das aber diesmal gar kein Smoke-In war. Ich habe ja schon mal berichtet, die Stuttgarter Smoke-In haben ja ein tolles Image mittlerweile sozusagen. Eine meiner Lieblings-DHV-News-Sendungen dreht sich um die Smoke-Ins in Stuttgart, weil die Stadt so wahnsinnige Auflagen macht. Wo gesagt wurde, die vorgedrehten Tabak-Joints sind ja sowieso nur Attrappen, weil legale Joints, richtige Joints darf man natürlich da nicht rauchen. Aber auch die Attrappen könnten ja eine Vortäuschung einer Straftat sein, was selbst eine Straftat ist. Deswegen musste bisher in Stuttgart da eine Audioschleife laufen. Es handelt sich um Fake-Joints, die enthalten nur Tabak. Das war damals so die Geschichte. Dann wollten die weitermachen und den Tabak eigentlich auch rausholen und Nutzhanf nehmen, der ja auch nicht berauschend ist, der auch jetzt nicht so wahnsinnig illegal ist, sag ich mal, die Gesetzlage in Deutschland ist da zwar ein bisschen unklar, aber Hanftee zum Beispiel gibt es ja noch. Den könnte man ja auch in die Fake-Joints reinmachen. Das hat die Stadt jetzt aber auch verboten. Die Fake-Joints, die es ja sowieso schon sind, durften also weder verteilt noch geraucht werden, was die ganze Aktion zu einem Fake-Smoke-In mit nicht vorhandenen Fake-Joints gemacht hat. Also ein ganz besonderes Smoke-In. Dafür wurden riesen Papp-Joints symbolisch geraucht und es wurden Unterschriften für die DHV-Legaleist-Petition 2017 gesammelt. Auch gut. Es gab eine Umfrage im Auftrag des Playboy-Magazins zur Frage, wie stehen die Deutschen zur Legalisierung. Es kommt ja alle paar Monate mal irgendwo so eine Umfrage und für uns sind die immer spannend, zumal der Playboy natürlich nicht selber auf seiner Homepage die Umfrage gemacht hat, sondern ein Institut in Auftrag gegeben hat, MAFO diesmal. Ein ähnliches Online-Umfrage-Institut wie CIVA, mit denen wir ja auch schon zusammengearbeitet haben. Und auch hier kam allerdings ein sehr hoher Wert raus. 57 Prozent der Deutschen sind demnach für die Legalisierung von Cannabis. Also deutliche Mehrheit für die Legalisierung, was ein spektakulärer Wert wäre. Wenn er denn stimmen würde, würde mich ja freuen. Aber da kommt dann quasi so die Diskussion um die Frage, wie zuverlässig sind Online-Umfragen mit den entsprechenden Techniken und Wertungen, die dann die Institute im Hintergrund laufen lassen. Wir hatten ja auch schon eine erhebliche Diskrepanz zwischen CIVA als Online-Umfrage-Institut auf der einen Seite. Wir hatten damals 49 Prozent Zustimmung im letzten Herbst. Und den traditionellen Umfrage-Instituten wie MNIT und Infratest-DMAP, die geringere Werte hatten. Dennoch ist MAFO mit der Online-Umfrage jetzt wieder deutlich höher. Acht Prozent höher als CIVA mit der Online-Umfrage im letzten Herbst. Was zumindest bei gleicher Systematik für eine weitere Steigerung spricht. Und darauf hoffen lässt, dass unsere eigene traditionelle Umfrage sozusagen die offiziell glaubwürdigere vielleicht auch eine Steigerung haben könnte. Das bleibt zu hoffen. Diese Playboy-Umfrage macht es zumindest wieder einen Tick spannender, aufregender, ob wir diese Steigerung auch eben bei MNIT sehen werden im Herbst. Ich nehme an, wir werden es mit MNIT machen. Seid also mit mir gespannt, auch in dem Punkt. Gut, eine ganz kurze Meldung. Merkel ist gegen Cannabis-Legalisierung. Ja, wussten wir alle schon. Hat sie vor einer ganzen Weile schon mal gesagt. Hat sich jetzt vielleicht seit einem Jahr nicht mehr dazu geäußert. Hat aber immer mal wieder gesagt, sie ist nicht für die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel. Letzte Woche habe ich ja berichtet, dass Herr Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD, dagegen ist. Von daher sage ich es hier auch nochmal. Es ging auch durch die Medien wieder. Also klar, wir wissen, Merkel ist gegen die Legalisierung. Nur das Problem ist in dem Fall eher die CDU insgesamt. Die ist halt so dermaßen gegen die Legalisierung und für das Verbot. Bei Merkel mache ich mir weniger Sorgen. Die ist da sehr pragmatisch, wie wir ja wissen. Wenn es dann irgendwann soweit ist, legalisiert die auch. Aber mit der CDU wird es auf jeden Fall schwierig. Natürlich, das macht mehr Sorgen als letztendlich die SPD. Da würde der Kanzlerkandidat sicherlich am Ende auch sagen, ja okay, machen wir. Mehr zu den Parteien zur Bundestagswahl kommt auf diesem Kanal. Auf jeden Fall noch in dieser Sendung und in Einzelinterviews, wie gesagt. Ein letzter Punkt, der ganz spannend ist, nochmal Freispruch für Patienten bei Eigenanbau. Wieder einmal zum ersten Mal nach der Gesetzesänderung. Wir haben das ja in den Monaten und Jahren vor der Gesetzesänderung erlebt, dass Strafverfahren gegen Patienten, die selbst angebaut haben, reihenweise eingestellt worden sind wegen ihrer Notlage. Sie konnten sich das verschriebene Cannabis nicht leisten. Krankenkassenerstattung war damals ja sowieso nicht angesagt. Sie hatten Versorgungsprobleme und so weiter. Haben selbst angebaut. Die Strafverfahren wurden eingestellt. Die Leute wurden freigesprochen. Und das war ja ein wichtiger Grund, auch wieso die Bundesregierung überhaupt das neue Gesetz gemacht hat. Sowas wollten sie verhindern. Den Eigenanbau wollten sie verhindern, indem sie die Notlage auflösen. Indem die Krankenkassen das Gras bezahlen. Indem die Versorgungssicherheit sichergestellt wird, dann sollte keiner mehr anbauen müssen und dürfen. Und die Richter, in dem Fall Schöffengericht in Marburg, haben aber anerkannt, das hat bisher nicht funktioniert. Die Versorgungssicherheit ist nicht sichergestellt. Die Krankenkassen zahlen nicht regelmäßig. Nur in der Hälfte der Fälle ungefähr. In dem betreffenden Fall also auch nicht, obwohl der Mann angewiesen war auf Cannabis als Medizin. Wir werden sehen, ob es jetzt wieder Urteile hagelt zum Eigenanbau. Das ist vielleicht der Auftakt. Und hoffentlich auch ein weiterer Druckpunkt für die Regierung, diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Dass genug Cannabis in den Apotheken ist. Und dass die Krankenkassen verdammt nochmal den Patienten, die das brauchen, ihr Cannabis auch bezahlen. Die Termine in Ludwigshafen gibt es einen Infotisch des Handverbands Rhein-Neckar am 2. September, Samstag. Nochmal Samstag, 2. September, das Patientensommerfest in Hamm des Hammf e.V. Und drittens nochmal Samstag, 2. September in Lübeck, die Demonstration Grastage Lübeck. In Heidelberg trifft sich die DHV Ortsgruppe am 4. September. In Halle trifft sich die DHV Ortsgruppe am 6. September, am Mittwoch. Donnerstag, 7. September trifft sich die Ortsgruppe in Düsseldorf. Und eine Veranstaltung Let's Talk About Cannabis mit Jugendrichter Andreas Müller, Freitag, 8. September in Fürstenfeldbruck. Also alle, die hier zuschauen, jetzt in Fürstenfeldbruck, ihr habt bestimmt nicht so häufig hochkarätige Vertreter der Legalisierungsbewegung vor Ort, schon gar nicht einen Jugendrichter, der sich massiv für die Legalisierung einsetzt. Also nutzt diese Chance, geht dahin und schöne Grüße nach Fürstenfeldbruck. Damit bin ich für diesmal am Ende. Freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, vielleicht diesem Video ein Like gebt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.